So Leute, ich mache jetzt für 10 Minuten tatsächlich die Abstimmung, weil dann können wir noch mal ein bisschen quatschen. Geht raus. Kingdom Come oder Skyrim oder 7 Days to Die. So, Abstimmung ist durch. 10 Leute haben für Kingdom Come Deliverance gestimmt. 6 Leute für 7 Days to Die und 5 Leute für Skyrim Special Edition. Schade, ich habe gehofft, Skyrim landet auf Platz 1, aber okay. Gut, also, wo ist mein Stift? Ich habe mir immer schon gerne solche Videos angeschaut, vor allem, wenn ich nebenbei am Spielen bin, so wie jetzt. Ja, das machen ja viele so, ja. Und dann gibt es halt noch diese Kategorie von YouTube-Nutzern, die halt Twitch verweigern, aber sich dann trotzdem gerne mehrere Stunden so ein Stream-Video angucken. Wo ich mir denke, okay, da hätten sie auch live dabei sein können und sogar mitentscheiden können, interagieren können. Müssen ja auch kein Geld ausgeben. Zwingt sie ja keiner zu. Weißt du? Aber okay, gut. Also, Kingdom Come auf Platz 1. Skyrim auf Platz 3. Auf dem Marktplatz wird Käsetoast verteilt. Marco Johannes Köhler, erstmal danke für dein Follow, was du vor einiger Zeit dagelassen hast und vielen lieben Dank für einfach mal so eine fette Sub-Bombe. Dankeschön. Der Seifenlot hat bekommen, der Michi hat bekommen, Esperanza hat bekommen, Para hat bekommen und Tain, die Ente. Sehr fein. So, wollen wir mal die Kategorie ändern? Haben wir die richtige Tastatur neben Robin? So. Klickt das mir gleich schon vor? Jo. Schreiben wir hier auch noch. Aber ich bin noch echt nicht traurig darüber, dass es jetzt nicht Skyrim geworden ist, weil wie gesagt, ich hab auf alle drei Spiele Bock gehabt. Äh, wollen wir hier kopieren. So. Ach, Michi, kann ich auch die Tasten kombinieren? Das ist doch nicht dein OBS-Rechner hier. So. Äh, babababa. Ich geh noch in Hinter. Date. Hitsch. Äh. Was noch? Erster Versuch. Also ich hab schon mal privat ein bisschen gespielt gehabt, ein bisschen rausprobiert gehabt, hab nicht sehr weit von der Story her gespielt. Also so an sich, das meiste davon ist auch für mich jetzt Neuland. Die ganze Story kenn ich auch noch nicht, obwohl ich's gerne auf Steinweilenkanal geguckt hätte, hab ich's absichtlich nicht geguckt. Damit ich mich halt nicht Spoiler. Und Gaffa Gandalf, Mensch, grüß dich erstmal. Ich hab dich vorhin noch kurz gelesen und voll vergessen, den Tag zu sagen. Moin, mein Lieber. Grüß dich. So. Na denn? Den Browser. Ne, nicht komplett schließen. Ich brauch den nachher nochmal kurz. Tja, 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 tja. Ich muss mich nach dem Stream noch die nächste Gilde-Folge hochladen. Ich hab nämlich grad noch vorm Stream aufgenommen. So. Nach dem Song. Nach dem Song geht's los. Ja doch, also ich find schon, dass man dafür danken sollte, Marco. Find ich schon. Bist du auch von YouTube her gewandert, oder wie? Was mich an der ersten Nachricht geratet, das wird mir angezeigt, dass du zum ersten Mal jetzt in den Chat geschrieben hast. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ich bin aber traurig, wollte dich auslachen. Du wirst mich bei jedem der drei Spieler auslachen können, Fenrir. Bei jedem. Bei Seven Days kenn ich mich ja noch weniger aus, als bei Skyrim. Da hab ich ja immer nur mal irgendwo zugeguckt und jetzt mal eine, nicht mal ganz eine Stunde Spielzeit gehabt, indem ich das Tutorial gespielt habe. Weißt du, von daher. So, aber während wir gegen den Kampf spielen, weil ich einfach die Atmosphäre so gut finde, werd ich keine Playlist laufen lassen. Nur mal so als ankündig. Achso, hab ich jetzt eigentlich auch gespeichert? Nö. So, Kategorie ist geändert. Kingdom Cup. Oh, geht er dann gleich los? Muss die Terrette noch vorher sein. Passt auf, Lotte. Ich mache auch eine klitzekleine Pipi-Pause, weil ich jetzt ein bisschen nervös war, hat sich die Blase wieder ermeldet. Servus. Servus. Die Götter hat beinahe den Todesarten. Du hast es voll verpasst. Wir haben eine fette, fette Abstimmung gemacht und Kingdom Cup Deliverance hat gewonnen. Es stand außerdem noch Seven Days und Skyrim zur Auswahl. Deine Stimme hätte es wahrscheinlich nochmal gekippt. So, ja, ich mache eine klitzekleine Pipi-Pause. Bei Stuhl-TV, bei Stuhl-TV, oder? Ja, bei Stuhl-TV. Sag mal, was ist denn mit der... Moment, jetzt muss ich aber mal hier ein bisschen mit meiner Technik reden. Was soll denn das? Warum hast du das schon wieder so verschoben? Mach mich doch mal wieder normal breit. Ich bin fett, liebes OBS. Was willst du jetzt, ein Laptop? Achso, ja. Mach mal den Ton aus. So, so. Was hat gewonnen? Kein im Kamm, habe ich gerade gesagt auch. Ja, du bist wahrscheinlich nicht viel von mir lesen, bin eher still. Ja, gut. Das könnte da liegen dann natürlich, dass ich die noch nie vorher gelesen habe. Aber hier bist du natürlich immer herzlich eingeladen, einfach mitzuschreiben. So. Jetzt haben wir wieder normale Maße in der Fresse. Gut. Dann kommt jetzt mal kurz Stuhli. Wenn Stuhli dann gleich wieder verschwindet, legen wir mit dem Spiel endlich los. Mir zittert schon so die Finger. Ich habe so Bock drauf. Bis gleich. Ach Michi, halt die Klappe. So, da bin ich auch wieder. Das ist ja auch wieder ein süßes E-Mode. Aber warum kam das jetzt wieder nur? Achso, ja. Ja, ich weiß warum. Geht ja nicht mehr anders einstellbar. Da haben sie ja Urfahrt bei Streamlabs geändert. So. Alles bereit? Alles bereit? So, nochmal gucken. Die wichtigste Taste überhaupt ist Q, hat mir sagen lassen. Dann mache ich mal den hier. Dann wechsel ich aber jetzt wieder auf Spielaufnahme. Äh, wo habe ich es denn? Moment. Da ist es. So. Zack. Erstmal auf dem Desktop gesucht. Kollege ist gerade im Wettert Redemption 2-Rollenspiel zweiter Charakter. Nee. Charakter. So. So machen. Juan Don Brüder. Nicht zu verwechseln mit Juan Son. Ach du Heiliger. Okay. Na dann wünsche ich dir viel Erfolg Senpai. So, ihr kriegt auch gleich ein Bild. Keine Sorge. Aber vom Hauptmenü sind. Und ich hoffe wirklich, dass jetzt auch wirklich alles mit der Auflösung und alles passt. Ja, 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 ja. Mach mal hier. Äh, dass jetzt auch alles passt mit, ähm, Auslastung und Auflösung und alles. Weil ich habe sehr viel rumgeschraubt an den ganzen Settings, bis ich alles soweit hatte, dass es für den Stream passen müsste. Das ist eine gute Idee, Kerstewin. Ja, macht mir das nicht nach. Mit dem Rauchen ist sowieso schädlich und teuer. Viel Spaß im Look, Fenrir. Und Gruß an die Frau. Und Schwester, Bruder. Kann ich jetzt schon umstellen? Nee, er kann auch noch nicht raustappen. Er ist noch im Ladebildschirm. Ich habe es schon auf der SSD, oder? Ja, ich habe es auf der SSD. Habe ich es auf der SSD? Fuck. Muss ich schnell schauen. So, aber erstmal kriegt er ein Bild. Äh, halt. Nee, nicht so rum, sondern da. Da und da und da. Da habt ihr ein Bild. Lieben Gruß zurück. Dankeschön. Schwarze Lunge, gelbe Zehner, Haarausfall und kleine Hoden. Blaue Hoden, bitte, Michi. Das hatten wir ja immer. Blaue Hoden. Ja, das Kampfsystem konnte ich schon gut kennenlernen. Werde ich euch heute auch gleich schon mal zeigen, an welcher Stelle ich das erstmal kennengelernt habe, das Kampfsystem. Weil ich mir natürlich im Tutorial dachte, nö, warum Tutorial? Erforsch erstmal die Welt für dich allein. Hierroisches Fechten gelernt. Historisches Fechten gelernt. Und die Schläge und Hoden sind exakt richtig, okay. Aber das habe ich schon gesehen, dass das Kampfsystem sehr schwer sein kann und auch sehr krass auf Timing ankommt. So, jetzt muss ich mal kurz eine Sache nachgucken, hatte ich gesagt. Und zwar, auf welcher Platte habe ich denn das Spiel gerade? Da habe ich mich nicht richtig vorbereitet, wie immer. Es müsste aber auf meiner SSD-Platte sein. Ah, Mensch. Fuck, ist es nicht? Ah, shit. Aber jetzt 60 GB drüber schubsen, das dauert zu lange. Dann würde ich das dann spätestens im nächsten Stream auf der SSD-Platte haben, damit es dann noch flüssiger läuft. Aber es läuft jetzt eigentlich schon flüssig mit den ganzen Settings, die ich gemacht habe. Und ich habe jetzt echt Panik, wenn ich das jetzt wieder umschiebe, dass er mir das alles wieder woanders hin haut. Audio, passt das so? Ja, ne? Ist für mich gerade sehr laut gerade. Aber für euch müsste es passen, ne? So, meine Spielstände würde ich gerne löschen. Wo geht das? Löschen mit X. Das waren wirklich nur Testdinger hier. So. Passt. Wunderbar. Na dann, neues Spiel. Normaler Modus. Da mache ich keinen Hardcore, da schneife ich jetzt. Ist ja für mich First Try, ne? Das frühe 15. Jahrhundert war für das Heilige Römische Reich, welches unter der Herrschaft seines verblichenen Kaisers, dem Vierten, Kaisers Karl IV. aufgeblüht war. Eine Zeit des Aufruhrs. Okay, ich kann nicht so schnell lesen, wie die Texte verschwinden. Das ist natürlich blöd, dann lasse ich das lieber sein. Das war's. Das war's. Amen. 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 Und hat gesoffen wie ein Lord. Dann weck diesen Müßiggänger mal auf. Ein Klaps auf die Rübe sollte genügen. Mhm. Heinrich. Jetzt komm, steh auf. Es gibt viel zu tun. Ach, Motta. Wenn du nicht gleich... Sorry, Leute. So. Ist jetzt natürlich der Nachteil, ne? Liebe Motts, bitte den mal gleich melden als Bot. Aufstehst, schmeiß ich dich aus dem Bett, du Schlafmütze. Hast du gehört? Lege es lieber nicht darauf an. Nun steh endlich auf. Dein Frühstück ist bereits auf dem Tisch. Moment, was ist das? Hast du dich wieder... Oh, Heinrich. Wie oft haben wir schon über deine Raufereien geredet? Ach komm, das ist nichts. Ist bloß ein Kratzer. Du hast wieder mit dem Schwert gekämpft, oder? Etwa nicht? Du solltest lieber beten, dass dein Vater nichts davon erfährt. Du weißt doch ganz genau, was er davon hält, Heinrich. Keine Sorge, das war es nicht. Ich hab mich bloß gekratzt, Ehrenwort. Hm, na gut. Aber komm nur nicht heulend bei mir angekrochen, wenn du dich mal richtig verletzt. Und jetzt steh auf, du Schlaumeier. Danke, Michi. Und Gregor, wenn du unbedingt Hardcore machen möchtest, kannst du ja selber auf Hardcore spielen. Im First Try. Ich spiel's ja gerade zum ersten Mal richtig. Hab ja vorher mal bloß geguckt, wie sieht's aus. Grafik, Auslastung und so. Jetzt schraubt sie sich natürlich wieder richtig hoch bei mir. Ja, die langen Ladezeiten, die werden beim nächsten Mal behoben sein, wenn ich's auf der SSD habe. Und dann ist es vielleicht sogar noch performanter, dass ich sogar ein bisschen die Grafik hochschrauben könnte. Muss ich mal schauen. Wenn's im Stream irgendwie rucket oder so. Was in Gottes Namen hast du letzte Nacht getrieben? Wenn's im Stream irgendwie rucket oder so. Sag dann mir einfach Bescheid, ne? Der aktualisiert und der konnte schreiben, bevor der Zuschauerliste angezeigt wurde. Achso, ja. Ja, schreiben können sie immer schneller jetzt, als angezeigt wird. Kaum die WC-Jung-Schwächer, schon Bots da. Na klar. Aber Bots sind schnell behoben. Die können schnell gesperrt werden, schnell rausgekantet werden. Irgendwelche Hacker und Hater. Da wiederum würde ich dann relativ schnell dann wieder die WC-Jung auf Maximum anheben. Und wir würden dann auch als Team zusammenarbeiten. Im Sinne von, jetzt melden wir die mal alle schön live on stream. Immer schön bei Twitch melden, damit sie halt ein Permaband bekommen. Nicht viel. Nein! Die Jungs und ich haben uns bloß in der Schenke unterhalten. Irgendein Wandersmann kam vorbei und erzählte uns, was in der Welt so vor sich geht. Und ich übersah die Zeit. Hoffentlich hat er dir kein Floh ins Ohr gesetzt. Mich beschleicht das Gefühl, dass... Sorry, ich muss mal eben hier pausieren. Ach, macht er gerade nicht wahr? Kratze auf deiner Hand. Und diesen zwielichtigen Kerl mit dem Schwert zu tun hat, der kürzlich hier auftauchte. Kann ich das mit Escape pausieren? Nee, Mist, okay. Weil Raustabung ist noch ein Problem bei mir hier gerade. Erstmal grüßt dich Kata von Potsdam. Ich hab dich gelesen. Liebe Grüße zurück nach Potsdam natürlich. Und Esperanza. Jopp, liebe Grüße zurück an Mera. Ich hab ja schon Grüße an Mera ausgerichtet, als du vorhin das erste Mal geschenkt hast. Ich würde nicht mal einfach schaffen, da siehste. Ihr checkt sie ja eigentlich gleich durch. Ja, wenn aber gerade frisch einer reinkommt, die Zuschauerliste, die ist halt leider nicht immer up to date. Die hängt gerne mal hinterher. Ich hab das auch schon ernsthaft gehabt, das ich schon mit einem Steamer geschrieben habe und selbst noch nicht mal in seiner Liste stand. Hab ich auch schon ernsthaft gehabt. Ob ich nur Moderator war oder nicht. Mein Decker letztens auch erst wieder her. Ja, leider nervig. Ja, gut, aber müssen wir durch jetzt los. Irgendwann werden die auch weg sein. Und so lange ist bloß so was harmlos und ist dann, ist schnell weg. So. Schade, ich hab gehofft, dass es immer ist bei den Dialogen auch, dass ich mal kurz raustappen kann. Ohne, dass hier weitergequatscht wird. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. So kann ich raustappen, weil warum auch immer. Er macht mir trotzdem immer bloß den Vollbildmodus, obwohl ich Fenstermodus eingestellt hatte. Du glaubst, er unterweist mich im Schwertkampf, oder? Und sobald ich reintippe... So, jetzt hab ich dummerweise schon zwei Entscheidungen getroffen, ohne drüber nachzudenken. Deswegen, ich versuche jetzt so wenig wie möglich rauszutappen. Muss da ein bisschen auf eure Unterstützung kommen, ne? Wenn was sein sollte. Außer jetzt in dem Fall, das mache ich ganz, ganz schnell, den runterzukanten vom Kanal. Ich könnte mir jetzt eigentlich auch hier drüber wieder den Chat aufrufen. Ah ne, dann passt das leer und nicht. Ne, ich muss endlich meinen Streaming-PC aufbauen. Jetzt fehlt aber so die Capture-Card und übernüftiges Kabel und alles. Und ein Tisch. Dann kann ich das alles über den Zweitechner machen. Genau. Und ihr macht einen guten Job. Genau. Hat er recht. Hat er wahr. Jetzt kann ich wieder nicht raustappen. Ah, bitte mal Modzliebe reinmachen. Modz loben. Wer kann von euch? Es sind ja viele Abonnenten da. Danke, Bombeerklappe, Michi. Schön. Okay, wo ist meine Maus? Achso, in den Dialogen gibt es ja keine Maus. Stimmt. Ähm. Vielleicht ein bisschen umständlich, ne? Dass man das immer mit Tastatur machen muss. Geht's auch mit WASD? Ah, das geht auch. Okay. Hm. Ja, waren meine Freunde hier? Haben Matthäus und Fritz noch mehr gesehen? Mir sind sie heute Morgen nicht untergekommen. Sie sollten nicht schwer zu finden sein. Bestimmt lungern sie wieder im Wirtshaus herum. Hm. Sie sind keine Saufbeute. Matthäus und Fritz sind keine Saufbeute. Das habe ich auch nicht gesagt, oder? Und wenn es mich wirklich stören würde, hätte ich es längst unterbunden. Ich war auch einmal jung, weißt du? Und dein Vater war auch nicht gerade ein Engel, als er in Kuttenberg war. Ja, alt sieht's aber auch nicht aus, ne? Nenn mir ein Beispiel. Das möchte ich jetzt mal wissen, was der Vater so angestellt hat. Danke, Robin. Wie angekündigt habe ich jetzt noch was vor. Im Real Life, alles klar. Dann weilt man's heil, ne? Hast ja genug, Jungs. Genau. Schweinejagdruf. Genau. Und ja, er ist wirklich Jäger. Nebenberuflich, der Michi. So. Nennen wir ein Beispiel. Keineswegs war er das. Du glaubst mir nicht? Frag ihn. Das werde ich. Jetzt bist du ein Mann, Heinrich. Und es ist an der Zeit, sich wie einer zu benehmen. Gestern hast du deinem Vater versprochen, ihm in der Schmiede zu helfen. Wenn du dich ab und zu nützlich machen würdest, würde mich deine Herumtreiberei auch nicht so stören. Äh, ich hab Hunger. Können wir etwas zu essen haben? Ich hab etwas auf dem Tisch stehen lassen. Bedien dich. Das ist das beste Mittel, um ein Gespräch mit, also ein Streitgespräch mit der Mutter zu unterbinden. Ist ich echt denn da? Ich hab Hunger. Och, komm her, mein Junge. So, ist Vater wütend auf mich? Ist Vater wütend, weil ich so lange geschlafen habe? Allzu glücklich ist er nicht. Gestern hast du versprochen, ihm mit Herrn Ratzigs Schwert zu helfen. Er ist nicht mehr der Jüngste und seine Gelenke setzen ihm zu. Er ist zu stolz, um zu klagen. Aber er braucht deine Hilfe, Heinrich. Ich weiß. Keine Sorge, Mutter. Natürlich helfe ich ihm. Gut. Er meint, dass seine Knie schmerzen, wenn ein Sturm aufzieht. Ich hoffe, er irrt sich diesmal. Es scheint ein so schöner Tag zu werden. So, ich seh aber grad, meine Kamera ist ein bisschen im Weg, ne? Bei den Dialogen unten. Für die Leute, die einfach mitlesen wollen dann. Heinrich Harz, der vierte. Genau, Gregor. So. Wie kann ich jetzt hier... Ha! Gut, so kann ich reintappen. Wunderbar. Äh, brauchst du Hilfe? Soll ich dir irgendwie helfen, Mutter? Du bist ein guter Junge, aber ich komme zurecht. Dein Vater braucht allerdings Hilfe. Gut, wir kommen nicht drum rum. Wir müssen das Gespräch beenden. So, ich hab's gar nichts entdeckt. Mensch. Nach wie vielen Jahren, wie alt sind wir eigentlich? Moment. Wie war das? Seh ich irgendwo mein Alter? Kodex? Nee, warte. Spieler? Ach ja, hier waren die Stufen. Ach, ich kann schon leveln? Null. Null. Okay. Wo ist mein Alter? Ich möchte sehen, wie alt ich bin. 17? 18? 20? Hm. Na gut. So, Auslastung sieht erstmal noch okay aus während des Streams, würde ich sagen. Wir stecken erstmal ein. Wir stecken erstmal ein, habe ich gesagt. Jetzt steht nicht stiehlen da. Also ist es gratis, also wird es mitgenommen. Bevor Kaiserharz IV. kommt. Das sieht nach einem vollen Geldbeutel aus. Den würde ich gerne mitnehmen. Darf ich aber nicht. Okay. Aufheben. Aufheben. Na, der letzte Dior noch bitte. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Ähm. Ähm. Okay. Ach, Knoblauchbeutel. Gewürzbeutel. Wahrscheinlich. Ah, obwohl, nee, Quatsch. Äh, Getreide könnte auch drin sein, wegen Rattenprobleme. Käse. Da hat man Getreide gerne mal auch oben auf so eine Schnur aufgehangen, für das nächste Frühstück und so. Oh, diese Soundkulisse ist einfach so geil. Nägel für Teresa? Die war letztes Mal nicht hier drin, als ich das Spiel gestartet hatte. Ritterschnäpse? Achso, ich kann ja Gedrücktheiten für alles nehmen, ne? Wann ich auch irgendwie schnell nehmen auf R? Nee. Dann einfach alles nehmen. So. Grundausstattung. Warum nicht? So, ich soll was essen, ne? Aus dem Topf essen. Käsetoast. Ja. Genau, bei Käse wird Robby zu Samsung. Käse. So. Ich weiß nicht, ich soll Papier helfen, ne? Aber. Heute gibt es noch ein paar Räume. Guten Tag. Aus Gewohnheit mache ich schon immer zu. Madame Lindsay, mach's gut. Kann mir Spiele in dieser Pers... Ach ja, du kannst dir ja in der Ego-Perspektive nicht angucken. Stimmt. Es gibt ja auch gar keine Third-Persen, oder? Ähm. Nee. Quatsch, äh, zurück. Steuerung. Ich schaue mal eben, ob es eine Third-Persen gibt. Ob ich dann vielleicht versuche, einen Großteil eine Third-Persen zu machen. Aber ich glaube, es gibt keine, ne? Geht denn da bei nicht in Todesarten? Hörst du mich noch? Wenn ja, dann sag mir bitte mal, gibt's eine Third-Persen? Verspringen, abbrechen? Kann man die auch pausieren? Ne, ne? Es gibt keine dritte, äh... Jo! Ja, und wo? Wie? Übersehe ich das? Das ist ja Bewegung. Das hier ist Kampf. Momentar. Anderes. Eye-Tracking aktivieren habe ich nicht. Third-Persen wäre schwierig im Kampf. Im Kampf muss ich dann aber natürlich wieder in die Ego gehen. Aber wenigstens bei den meisten Sachen und den Dialogen könnte ich in die Third-Persen gehen. Muss selber gucken. Glaube aber, dass es, äh... Ego ist. Habe ich gar nicht an gedacht, ne? Danke für den Sub von Para! Grüß dich! Hallöchen, lange nicht gesehen. Kurz bei Netto. Alles klar! Ich glaube, es gibt gar keine Third-Persen, ne? Ah, das ist natürlich schade für dich, Madame Lindsay, ne? Und doch wiedererkannt. Jo. Mach dir meinetwegen doch nicht solche Mühe. Na, ich finde schon schade dann, weil es ist ein echt geiles Spiel, wenn du das nicht gucken kannst, weil dir dann davon schlecht wird, von der Perspektive, ne? Dass ich dann wenigstens bei den Reisen und alles eine Third-Persen genommen hätte. Im Spiel gibt es keine Third-Persen. Ach, schade. Na gut, Madame Lindsay, dann beschickt dir noch einen schicken Abend, wa? Heinrich ist 18, schreibt sie wohl. Alt und R4. Ich geb dir gleich mal Alt und R4 Gregor ins Gesicht. Achso, ich kann bereits gelehrte Sachen auch wieder... Okay. Gut, Käse. Aber, aber da liegt doch Käse. Warum, warum, warum sind da jetzt Äpfel und Brot drin, wenn da Käse liegt? Dann haben wir auf jeden Fall der Brot mit. Zwiebeln, Äpfel, rote Beete. Das sieht man doch liegen, tatsächlich. War hier nicht auch... Ach ja, da steht's ja. Karotten. Ne. Äpfel. Äpfel, Brot und Käse würde ich erst mal einstecken, weil es wiegt ja auch alles. Warten wir irgendwann überladen, wenn das dann doof. Achso, ist nochmal dasselbe Regal, okay. Äh, die Säcke. Warte mal, wie war Crouchen? So war Crouchen. Es ist immer dasselbe Regal hier drüben, okay. Hier sind bloß die Zwiebeln, alles klar. Der Quatsch, man weiß nicht mehr. Oh, Schlossklacken. Kein Dietrich, gut. Karotten und Kohl. Interessant, dass er einfach dann das Ding wieder zugemacht hat. Ist ein bisschen dunkel, wa? Oder passt das bei euch so? Müsste bei euch passen, ja. Für mich ist es ein bisschen dunkler gerade, weil ich an den Seiten halt die Lichter zu stehen habe. Für die Beleuchtung der Kamera und alles. So, gut. Der Raum ist erst mal geleert, wa? Oder? Hier oben noch nie. Hier waren Karotten drin. Oben auch nichts. Gut. Fertig. Kurz Bio holen, alles klar. Gibt kein Sword Person. Alles klar. Ist ja manchmal komisch und Scammon zocke ich immer Sword Person. Auf die Idee würde ich in Fallout nie kommen. Ja. Und mich persönlich stört es halt nicht, aber ich finde es halt ärgerlich für die Leute, die das halt nicht vertragen von der Optik her. Und dann aber gezwungen sind, dazu zu gucken, wenn sie unbedingt sehen wollen, wie die Geschichte läuft und so, ne? Sympathisch. So. Mist. Ich dachte, ich könnte die Axt noch mitnehmen, aber okay. Ist auch ein ganzes Weilchen her, dass ich hier mal richtig intensiv versucht habe reinzuspielen. Letztes Mal hatte ich eigentlich wirklich nur noch mal die Grafiksettings angepasst, damit halt die Auslastung nicht zu krass ist für den Stream. Oh. Mensch, Faddy. Halt mit. Was ist los mit dir, Heinrich? Hast du mich nicht rufen hören? Doch. Was mich hier weckt? Glückwunsch. Immer dieser Dietrich. Nie, ist er da, wenn man ihn braucht, ja. Skyrim würde ich meinen epischen Zweihänder durch das Gesicht knallen sehen in Fallout-WRTs. Nur bumm, muss es machen. Okay. So. Ich lese dir das nicht alles vor. Ich versuche mir jetzt bloß mal zu merken, was nochmal für was stand. Kannst du einfach reden benutzen? Gesprächspartner genießt seine Rolle. Dein sozialer Status ist mit der Krone. Okay. Kreuzte Kling ist dann, dass ich versuche einzuschüchtern. Geld ist dann, dass ich versuche, so ein bisschen auszuhandeln, zu feilschen. In speziellen Fällen kannst du auch bestimmte Fertigkeiten benutzen, zum Beispiel Reiten. Okay. Nächste Seite. Okay. Hier sehe ich dann auch die Erfolgswahrscheinlichkeiten und was ich schon von den jeweils anderen Attributen weiß. Okay. Und halt mein Geld in der Verhandlung und so. Alles klar. Escape drücken. Gedrückt halten. So. Ähm. Verzeih, ich wollte mich etwas umsehen. Verzeih, Vater. Ich war kurz spazieren und übersah die Zeit. Irgendwie hatte ich das Gefühl, das erste Mal hier zu sein. Heinrich, wann wirst du endlich zur Vernunft kommen? Sei's drum. Wir haben viel zu tun. Ich stelle das Schwert für Herrn Ratzig fertig und brauche deine Hilfe. Wobei? Mir geht die Holzkohle aus. Also lauf zum Markt und kauf einen Sack vom Köhler. Dann brauche ich etwas Geld. Das ist die andere Sache. Kunash schuldet mir Geld für eine Axt, einen Hammer und die Nägel, die ich ihm vor einem Monat verkauft habe. Unter anderem. Sag ihm, er soll zumindest für das Werkzeug bezahlen. Und dann kauf mit dem Geld die Kohle. Kunash? Dieser Suffkopf. Das wird ein Spaß. Du bist jetzt ein großer Junge. Ich bin mir sicher, du schaffst das. Wenn nicht, sag ihm, dass ich ihm die Nägel sonst mit dem Hammer in den Arsch treiben werde. Das hört er bestimmt gerne. Ist das alles? Nicht ganz. Der Kämmerer in der Burg hat die Parierstange für Herrn Ratzigs Schwert, die ich in Sasau gravieren ließ. Ich soll sie abholen? In Ordnung. Geld, Kohle, Parierstange. Verstanden. Und Bier. Mach auf dem Rückweg bei der Schenke halt. Ich weiß ohnehin, dass du dein Mädel besuchen wirst. Aber sieh zu, dass das Bier noch frisch und kellerkalt ist, wenn du zurückkommst. Sie heißt Bianca. Genau. Also sieh zu, dass Bianca es frisch zapft. Und jetzt beeil dich. Die Arbeit wartet nicht. So, passt der gerade wie Arsch auf einmal. Prostkrieger. Und Senpai, ja klar, schickt mir das ruhig. Und der nächste Stream wäre ja Wahlheims Stream. Und der danach ist dann erstmal so lange, ist dann erstmal so lange keinem Kampf, bis wir durch sind. Falls du jetzt irgendwie noch einen anderen Spielvorschlag hattest. Aber schickt mir ruhig. Ich hab ja meine Liste mit Spielen, die ich beobachte und so. Also auf meiner Beobachtungsliste habe und so. So, was ich jetzt erstmal machen werde, ist speichern. Okay. So, Alchemie und so weiter und so fort. Übrigens haben wir jetzt auch sogar ein bisschen gelevelt, weil ich halt mit diesem Sozialgedönse da... Ist das laut, Alter? ...mit dem Sozialgedönse beim Sprechen erfolgreich war. ...Jomie Free! Den Chat stürme und gute Laune verteile. Alle Anwesenden einen wundervollen guten Abend und einen super Start ins Wochenende. Dankeschön. Dir auch. Ne, ist was für Kingdom Come Deliverance Third Person. Ah, okay. Ach, eine Mod oder wie? Ich guck mir das mal an. Ich guck mir das mal an, ja. Aber auf jeden Fall danke dir fürs Raussuchen und Schicken. Mensch, Jomie Free. Lang nicht hier sehen. Grüß dich. Ne, warte. Ich wollte hier eigentlich noch Einstellungen in Audio. Pate Noste, qui es in Ceres, sanctificer tu nomen tu. Jetzt hämmert er nicht. Natürlich. Okay. Gut. Hallo! Er verhaltet eine Wirkung einmählich und beschert dir Boni auf Redekunst, Vitalität, Charisma und Stärke. Wenn du es jedoch übertreibst, können Folgeerscheinungen äußerst unangenehm sein. Warte, klar? Gut. Äh, was noch? Questlog. Ja, okay. Kenne ich schon. Er sieht einfach so schön aus. Ich hab die Grafik schon runtergedreht teilweise. Musste ich einfach. Ja, wenn das Real Life I Am ab, äh, einen, ab einem Strich durch die Rechnung macht. Ja, okay. Das ist natürlich übel dann. Oh, hier war ein Weg. Oh, hier war ein Weg. Ähm. Wir gehen andere Wege. Moin. Dorfbewohner. Hallo. Ha, dich selber. Puh. Arsch. So. Alle klar. Right. Ha, 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 ha. Recht gerade hat noch jede Konversation gestartet. Ja. Ja, theoretisch schon, aber ich bin gerade verkatert und gerade für schon das Spiel gestartet. Da mache ich jetzt noch keine rechte Gerade, das ist so schnell. So schnell. Entdeckt Köhler. Da? Du? Bist du Köhler? Ja, Köhler. Moin. Siehst du nicht, dass ich in Geschäfte mit Meister Pfeiffer tätige? Wenn du Kohle willst, rede mit meinem Gehilfe. Willkommen, Meister Tobias. Gott sei mit dir, Havel. Wie laufen die Geschäfte? Gut, gut. Und da ich dich sehe, hoffentlich noch besser. Bist du hier, um zu kaufen? In der Tat. Sonst täte ich bald nichts, um Erz zu schmelzen. Und der König bekämme sein Silber nicht. Haha. Welchen König meinst du, Meister Tobias? Den, der in irgendeinem gottverlassenen Kerker hockt? Oder den, der den Schlüssel dazu hat? Das sind wahrlich seltsame Zeiten, Havel. Seltsam und schlecht. Guck mal unten rechts, was ich für eine Option hätte. Dann müsste ich ja eigentlich doch nach links mit der Kamera, ne? So mache ich das mal. Wenn unten rechts die Optionen stehen, welche Tasten ich drücken könnte, das sollt ihr ja auch sehen können, falls ich mal wieder irgendwas übersehe, weil ich einfach blind bin und so. Damit die mir sagen könnte, drück doch mal das und das. Tu es! Den kannst du noch nicht kicken. War mir schon klar. Das mag ich so nicht. Ich sag ja bloß, ich hätte die Option. Und aufgrund dessen, wie er mit mir redet, dachte ich mir, also weißt du, also... Da juckt schon so ein bisschen die Faust. So. Heinrich, schön, dass du da bist. Hi, du bist doch viel sympathischer. Dankchen. Gott sei mit dir. So. Lass uns handeln. Ich hätte gern Holzkohle. Äh, wie viel nochmal? Auffälligkeit. Ah, gut, okay, weil ich einen sitzen habe, ne? Jede Kunst ist bei drei momentan. Sehr schön. Okay. Ähm. Weiß noch irgendjemand, wie viel ich nochmal holen sollte? Kann ich von hier aus das... Oh. Kann ich, ähm, kann ich, kann ich... Ich weiß nicht mal, wie viel? Moment, warte. Bin gleich wieder da. Wie viel? Zehn. Ich hätte schwören können, das wären 20 gewesen. 20? Nein, immer noch nicht. Zehn. Zehn. Annehmen. Ich hab nicht gefeilscht. Nein, ich wollte falschen. Ne, es geht noch irgendwo, oder? Verdammt. Wo war denn das jetzt? Warenkorb prüfen. Und jetzt falschen. Ah. Ha, 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 ha. Ja? Alles klar, Jommy. Viel Spaß. Musst noch Minis bemalen. Dann für Erfolg dabei. So. Jetzt wird's interessant hier. Geht gleich. Jo. Jo. Also, mit W und S kann ich den Preis regulieren wohl. Also hoch und runter drücken. Und bestätige mit E. Der Henley reagiert dann auf dein Angebot, lehnt dir ab und da breitet er dir ein Gegenangebot und wartet auf deine Antwort. Also, ich könnte halt schon recht niedrig ansetzen, damit er mir vielleicht sogar recht weit entgegenkommt. Aber soweit ich das noch aus meinen Tests weiß, kann es halt auch sein, dass er dann unverbeleidigt sagt, sag mal, willst du mich verarschen? Du hast null Geld, aber willst feitschen? Hab ich kein Geld bekommen von meinem Papi? Wir schauen gleich mal. Lässt sich der Regler wieder in die eine oder noch in die andere schon bewegen? Das ist ein bisschen niedrig, mein Lord. Matthias unterstrich Staatsstraße unterstrich schiert. X 10. So war schön da gewesen zu sein. Ich muss jetzt aber gehen. Morgen geht es wieder früh raus. Alles klar, Matthias. Vielen lieben Dank für weitere 10 Bits. Die helfen uns jetzt hoffentlich hier beim Falschen und viel Erfolg morgen. Da stand null Geld. Du musstest erst noch eintreiben. Okay. Dann müssen wir das mit dem Falschen später machen. Aber wir können uns ja schon mal in Ruhe durchgucken, was jetzt hier wäre wo und so, ne? Sag mal, hörst du halt dich nicht zu? Der Alke hat Schuhe, die du vorher eintreiben sollst. Was? Hat er was so gesagt in der Reihenfolge? Du musst den Säufer Geld nägeln und extra holen. Ach, scheiße. Trotzdem Tutorial jetzt erstmal, ne? So, äh, lässt sich der Regler wieder nach oben oder nach unten bewegen. Bedeutet dies, dass es entweder dir oder dem Händler an Geld mangelt. Also, ich kann sogar beim Verkaufen falsch heißen, heißt das. Okay. Wenn du das Falsche mit dem Angebot nach dem anderen, äh, in die Länge ziehst. Mit einem, ach so, mit einem Angebot nach dem anderen in die Länge ziehst, wird dem Händler irgendwann dir Geduldsfaden reißen. Okay. Das ist mein Indikator, den ich dann brauche, um nochmal das eine oder andere rauszuschlagen. Händler-Symbol unter den Balken zeigt an, wie nah du diesen Zeitpunkt bist. Je goldener der Hintergrund ist es, desto mehr neigt der Händler dazu, den Handel abzubrechen. Okay. Ja, ich hab null Gold. Abbruch. Jut, gehen wir zu Kunisch. Das wollte ich eigentlich zum Schluss machen. Geld vom Uwe, der ist auch dabei. Tag. Gott sei mit dir, Kunisch. Was willst denn du? Die auf die Fresse hauen. Sorry, aber ich mag den Typen nicht. Vater schickt mich wegen der Schulden. Mein Vater schickt mich wegen des Geldes, das du ihm für das Werkzeug und die Nägel schuldest. Ich hab nix. Verzieh dich. Bezahl zumindest das Werkzeug. Du weißt, du schuldest meinem Vater sehr viel. Wenn er zum Furcht geht, bekommst du Ärger. Also zahl zumindest für die Axt und den Hammer, wenn du schon nicht alles aufbringen kannst. Ich hab nix, du Bastard. Scher dich zum Teufel, sonst zeige ich dir, was für Axt der dein Alter schmiedet. Ich sehe jetzt halt natürlich nicht, womit ich am meisten Erfolg hätte. Ich hab aber leider auch nur die Option, auf Schulden gehören mit Lichen oder zahle, du Saufbeut und nicht auf meinen Redekunst gehen, ne? Deswegen sage ich jetzt hier in dem Fall tatsächlich, zahle, du Saufbeut. Und wisch mir schon mal die Hände ab, weil ich da schon weiß, was passieren kann. Ich hab mich wohl verhört. Es klang beinahe, als hättest du gesagt, ich soll mich zum Teufel scheren. Glaubst du etwa, du könntest stehlen und mir dann auch noch Angst einjagen? Du Hurensohn! Kannst du schwagen, so mit mir zu reden? Hat dir dein langfingriger Vater keine Manieren beigebracht? Ich werd dich lehren! War mir eine Freude. Er sagt doch, war mir eine Freude. Alles klar! Ich hab mich gekloppt, genau das wird jetzt auch passieren, ja. So, also ein Haken, linke Maustaste. Schlag, rechte Maustaste. Also linke Maustaste ist der starke Angriff, rechte Maustaste ist der kleinere. Tritt ist mit F. Tab ist, glaube ich, automatisch immer drin in der Fokus. Zielfokus beenden. Ne, man steht drin, behalten erstmal. Blocken. Hat mich, glaube ich, eine Stunde gekostet, bis ich das mit den Blocken kapiert habe. So, Gegner. Dieser Indikator zeigt ja an, wie viel Gesundheit dein Gegner noch ungefähr übrig hat. Sein Oberer, okay. Genauso wie Ausdauer. Ist doch bei meiner. Ach nein! Der lila ist vom Gegner. Okay, so ein leichter Indikator. Na gut. Verletzungen kann ich davon tragen, ja. Meine Gesundheit und so, okay. So sieht das. Ey, gleich los hier. Er hat mir gleich eine rein hier. Aua! Aua! Ah, was spätst du? Ey, lass mich doch wenigstens erstmal ein bisschen blocken. Komm, komm, komm. Nee, noch nicht. Ich warte nur auf dich. Komm, komm. Probier's doch. Hallo? Nicht? Ah, zu spät. Mist, Mist. Falsche Richtung. Jetzt aber. Jetzt, geblockt. Haha. Aber mit Blocken komme ich nicht weiter. Oh, was? Ich habe da auch getreten, du Arsch. Oh, was? Wie kann man das mit dem Greifen machen? Das habe ich immer noch nie kapiert, so. Ah, diesmal habe ich ihn aber gegriffen gehabt. Der Kunische ist mich ein verdammt guter Faustkämpfer. Ach, jetzt. Hier kann ich auch, du Arsch. Was? Er hat mich gegriffen? Okay. Er hat mich einfach gegriffen. Wie kann man greifen, verdammt? Ich kann gerade nicht in den Chat gucken. Ihr müsst es laut schreien. Aua. Was? Au. Spezialknöpfe drücken. Welche Spezialknöpfe? Au. Au. Ah, ich habe ihn erwischt. Gunda. Was für Spezialknöpfe? Ich nehme nur so eine Einblendung für Spezialknöpfe. Au. Mist. Keine Ausdauer, okay. Au. Zu spät gedrückt. Alles klar. Au. Jetzt bist du am Arsch. Ja, ich stimme dir dazu, mein Freund. Ich müsste auch mal die Schlagrichtung ändern, immer wieder mal, wa? Nicht immer muss Gippen-Ene machen. Er blockt aber auch einfach immer, ne? Ich glaube, den Kampf kann man am Anfang so gut wie nie gewinnen. So gut wie nie. Oh, ich habe doch geblockt. Mann. Welche Spezialknöpfe meintest du bitte? Ich sagte ja so gut wie nie. Ich sagte nicht, dass es nicht machbar wäre, Leute. Links, links, rechts, immer auf die Schläfe und ans Kinn. Ja, erstmal durch seinen Block durchkommen. Das Nette in dem Spiel, du kannst die Quest auf alle möglichen Weisen machen. Man muss nicht gewinnen. Ich weiß. So weit war ich schon. Aber was meintest du mit Spezialknöpfe? Spezialangriff. Was? Beim Faustkampf meine ich jetzt. Beim Faustkampf. Wo ist da bitte ein Spezialangriff? Auf F. Okay, das war Treten. Habe ich ein paar mal probiert. Hat nicht funktioniert. Hat er geblockt. Bei den Waffen wird es bestimmt was anderes sein, ja. So gut, dann nehme ich mir die Axt so. Arsch. Leider nicht als Waffe benutzbar. Leider nicht. Das sind Robins Liebchen-Spiele, wo man nicht gewinnen muss. Arsch. So, warte mal. Ich muss jetzt erstmal zum Mutti, ne? Ich muss jetzt erstmal zum Mutti. Ich muss jetzt mal hinkommen, weil sie hat ja gesagt, komm bei der nächsten Fahrt dazu nicht zu mir und weine. Deswegen gehe ich jetzt genau deswegen zu ihr und weine. Ich hoffe, sie ist auch da. Also, sie wird mir mit F da angezeigt. Ist sie drinne? Sie ist drinne, wa? Ja. Ist drinne. Mutti, 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 Mutti. Die hat mich gehauen. Mutti, Mutti, Mutti. Ich blute. Es hört mich auf. Ach, Herr Jee. Hör auf zu weinen wie ein Kind und zeig her. Na bitte. So gut wie neu. Du musst lernen, das selbst zu tun. Danke, Mutti. Jetzt zum Gehirn. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Bitte nicht spoilern. Ich bin dahingehend schon gespoilert, eben weil ich es ja schon probiert hatte, mal in meinem Test wegen Grafikauslastung und so gucken. Aber bitte immer erst, äh, sagen, wie ich das noch lösen kann, wenn ich speziell danach frage. Ist nicht böse gemeint, ne? Weißt er. So. Ich sag nicht, dass er reingeht. Nee, du doch nicht. Als ich das erste Mal im Spiel rumgerannt bin, war meine erste Lösungsidee nach diesem Faustkampf. Okay. Schleich dich nur in irgendwelche anderen Häuser rein. Stehende Waffe. Erschlage ihn. Eine verschlossene Truhe. Ich bräuchte einen Dietrich, um sie zu öffnen. Fritz könnte einen haben. Und den Tisch schaufen. Das wäre eine coole Idee, in unserem Tisch zu laufen. Aber da verschulde ich mich ja mehr, als dass ich endlich die Schulden eintreibe. So. Ich weiß es schon, aber ich zeige es euch nur. Hier ist nichts plünderbar bei ihm weiter. Er ist halt ein versoffener, armer Wicht. Wurde eigentlich das Wort mit W sagen. Hier ist bloß eine Rumpelkammer. Nichts weiter drin. Und hier ist schnell raus, hier. Ich war gar nicht drin. Nö, nö, die Tür stand schon offen. Geh den Busch hier ran. Schön. Gut, dann soll ich jetzt also zu Fritz. Wo ist denn der Fritz? Fritz liegt, äh... Ach hier. Versucht die Axt, den Hammer und die Nägel auf andere Weise zu bekommen. Die haben wir dann besorgen Dietrich von Fritz. Der liegt auf welcher Taste? Könnte man hier nicht irgendwie... Hä? Wie kann ich nochmal den Fokus ändern? Hm. Toll. Ich wollte jetzt gerne den Fokus auf Fritz legen. Oh, wie kann ich denn den Fokus bei der Mission ändern? Geht das nicht? Kann ich nicht irgendwie sagen... Jetzt nicht C einkreisen? Besorge dir einen Fritz von Heinrich für Dietrich. Ja. Genau, Gregor. Sehr hilfreich. Danke. Danke. Scheint nicht zu gehen. Apropos Werbung in weniger als drei Minuten, nur zur Warnung für die Nicht-Abonnenten. Ist dann eine kurze Unterbrechung für euch nur. Wo find ich jetzt Fritz? Warte. Ja, ach Mensch, Fritz war doch einer unserer Freunde. Hi. Wer bist du? Spieler. Tschüss. Ab kein Geld. Fritz war doch hier in der Spelunke. Hat doch Mutti gesagt. Ist das dein Ernst, deutscher? Beleidigst du gerade unseren König? Ich beleidige niemanden. Ich sage nur die Wahrheit. Siegesmund hat bloß getan, was getan werden musste. Ach wirklich? Er musste den König entführen. Musste sein fetter Pocop in eine Falle locken und auch noch einkerkern? Er musste in Kuttenberg einmarschieren und sie mit einer Armee von Tartaren belagern? Warum nicht? Was taugt dieser Wenzel schon als König? Unser Reich wird in seinen Händen zugrunde gehen. Die deutschen Grafen wehten Ruprecht von der Pfalz zum König, weil euer ach so geliebter Wenzel noch nicht mal ihren Reichstagen beiwohnt. Deutschen Grafen? Diese Verräter. Sogar der Papst... Gott sei mit dir, Heimlich. Mit dir auch, Matthäus. Was ist denn hier los? Ach, der Deutsche wieder labert nur Scheiße. Was? Hör einfach hin, dann wirst du es schon merken. Irgendjemand muss für Ordnung sorgen und das Reich wieder vereinen. Was kümmern mich bitte die Österreicher? Und heutzutage kommt nicht mal mehr der Teufel persönlich bei all den Päpsten mit. Welcher ist denn der rechtmäßige, der in Rom oder in Avignon? Hör auf mit der Blasphemie, Alex. Ist doch wahr. Wenzel ist schließlich der König von Böhmen. Und der böhmische Adel hält zu ihm. Zur Hölle mit Rosenberg und seiner Kabale. Herr Ratzig ist Wenzels oberster Kriegsherr und blieb dem König gegenüber loyal. Wenn er hören würde, was du gerade sagst, würde er dich wie ein Hund verdreschen. Dein Reichstag wird bald nichts mehr zum Regieren haben. Jobst musste Luxemburg verkaufen, um deinem König zu helfen. Südböhmen gehört Sigismund und... Mein Lieber, du solltest Kuttenberg nicht vergessen, wo Deutsche wie du Sigismunds Füße küsten, um ihre Köpfe behalten zu können. Ja, aber... Werter Herr Deutsch, das ist doch sinnlos. Lass uns über angenehmere Dinge sprechen. Genau meine Rede. Der Deutsche ist zu weit gegangen. Wenzel ist unser rechtmäßiger König. Er ist wirklich ein Idiot. Was können wir tun? Ich glaube, ich hätte da eine Idee. Dieser deutsche Hund verdient eine Lektion, da sind wir uns einig. Oder, Fritz? Und wie, Matthäus? Wir sollten ihn ordentlich verprügeln. Bist du verrückt? Willst du am Schandpfahl enden? Ja, hör nicht auf, Fritz. Ich hab ne bessere Idee. Bei dem Scheiß, den der Deutsche geredet hat, musste ich an den riesigen Misthaufen denken. Ihr wisst schon. Den neben seinem wunderschönen, frischgekalkten Haus. Denkst du, wir sollten es neu anstreichen? Ich bin dabei. Also, ich würde es lieber anzünden, wenn ich ehrlich bin. Aber, das ist auch gar nicht so schlecht. Und was ist mit dir, Heinrich? Wisst ihr, ich wollte Vater gerade Bier und auch ein paar andere Dinge bringen. Wir stellen Herrn Ratzigs Schwert fertig. Komm schon. Ein paar Handvoll dumm zu schmeißen, wird sicher nicht den ganzen Tag dauern. Und? Es ist unsere Pflicht, die Ehre des Königs zu verteidigen. Also, Kumpel, bist du dabei? So, liebe Leute, wir haben gerade ne Werbepause. Ich nutze jetzt einfach mal die Linke und stecke mir noch eine an. Machen wir es mit dem Rauch nicht nach, sowieso schädlich und teuer. Eins in den Chat, wer dafür ist, dass wir dabei sind. Zwei in den Chat, wer, der sagt, ach nö, was interessiert mich, der scheiß Deutsche. Was am Aschmogäste wären, nee, erstmal. Alles klar. Koki sagt zwei, hätte ich ja nicht gedacht. Seine Scheiße an die Wand spielen, macht doch Spaß bestimmt. So, es ist ziemlich knapp, aber die Mehrheit ist für eins. Eins, was sonst? Jetzt ist es eindeutig für die Eins. Okay, also wir helfen natürlich dabei. Es sind unsere Freunde. Hallo. Die Werbung ist wieder vorbei. Auch nochmal für die Leute, die gerade Werbung sehen mussten. Macht mir das mit dem Rauch nicht nach. Gut, na dann sind wir dabei. Wir helfen. Jetzt kommt nochmal von Pomer D1. Wir helfen unseren Freunden, den Misthaufen an die frisch gekalkte Wand des unsympathischen Deutschen zu schmieren. Bin dabei. Aber dafür müsst ihr mir helfen. Also schön, ich bin dabei. Aber dann müsst ihr mir auch unter die Arme greifen. Wobei denn? Kuhn erschuldet meinem Vater Geld und zahlt nicht. Reden hat nichts gebracht, also muss ich wohl andere Seiten aufziehen. Alleine bekomme ich das aber nicht hin. Kein Ding. Wir geben dir Rückendeckung, sobald wir das Haus des Deutschen neu gegipst haben. Ich würde es diesem Saufkopf nur allzu gern zeigen. Also schön, gehen wir. Der Deutsche sitzt immer noch im Wirtshaus. Guck, hier hat sich bei dem Spiel immer benommen, außer, dass ich auch immer alles, was ich sah, genommen habe. Ja, gut. Ist natürlich auch wieder die Frage, wie spielt man sowas, ne? Willst du mit einem schlechten oder mit einem guten Ruf hier durch die Städte ziehen, ne? So, ich werde jetzt einmal zwischenspeichern. Okay. Und lauf den mal hinterher. Immer noch verkatert, wie ich bin? Gott, schütze dich, Heinrich. Ah, ja. Da sitzt aber jemand. Wir haben Zeugen, Jungs. Fritz, Matthäus, Matthias. Matthäus war doch der mit dem Vorschlag. Ziehen wir das jetzt durch oder nicht? Warte. Wir müssen nachsehen, ob die Luft rein ist. Warum? Der Deutsche ist in der Schenkel. Hast du nach all den Jahren nicht bemerkt, dass er eine Frau und einen Sohn hat? Und? Ist das ein Problem? Ja, ist es. Heinrich, geh und lock sie irgendwie weg. Warum ich? Weil du der Schlaue bist. Genau. Warum klang das gerade wie die Moderatoren? Jut, Quatsch mal mit der Alten. Warte mal, wo ist das Kind? Gute Frage, nächste bitte. Taschen. Was willst du, Junge? Dein Gatte macht Ärger. Ich kam gerade am Wirtshaus vorbei und dein Gatte redete Unsinn. Ich dachte mir, dass ihn besser jemand nach Hause holt, bevor er Ärger bekommt. Was für Unsinn. Nun, dass Siegesmund im Recht wäre und König Wenzel ein Säufer sei sowas in der Art. Ein paar Leuten hat das nicht gefallen, also dachte ich... Gott allmächtiger, dieser Narr. Als nächstes fängt er noch mit den Päpsten an. Kann gut sein, dass er auch Päpste erwähnte. Danke, dass du mich gewarnt hast. Hoffentlich erwische ich ihn, bevor er wieder in eine Schlägerei gerät. So, jetzt aber schnell hier. Fertig. Was? Hier reden. Es gibt da eine verschlossene Truhe, die ich... Nein! Im Ernst? Ist dir ehrliches Handwerk nicht mehr gut genug? Nein, nichts dergleichen. Oh! Es ist so, jemand hat etwas, das ihm nicht gehört und ich möchte es wiederhaben. Wenn du das sagst, geht mich sowieso nichts an. Hier, du kannst ein paar Dietriche haben, aber falls du erwischt wirst, die hast du nicht von mir. Nie von dir gehört. Danke, Kumpel. Ach, jetzt geht die Katzin los, okay. Das wusste ich nicht. Definitiv Krieger aus neues Wochenendbeschäftigung. Frisst scheiße, Deutschlinge! Ihr Bastarde! Was zur Hölle glaubt ihr, was ihr tut? Hey Hans, siehst du schlecht? Wir verpassen deinem Haus einen neuen Anstrich. Es ist genauso wie das, was dein alter Herr in der Taverne über Sigismund erzählt hat. Wir tun nur, was wir tun müssen. Hurensöhne! Ich werde euch verdammt nochmal den Arsch aufreißen! Oh, interessant. Das will ich erst mal sehen. Und was machst du hier eigentlich, Bischek? Vier gegen einen. Willst du diesen dreckigen, deutschlingen Händchen halten? Sag mal, möchtest du vielleicht die neueste deutsche Mode ausprobieren? Arschloch! Das wirst du mir büßen! Hau, 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 hau. Das gibt jetzt mega vom Äcker. Das gibt jetzt Sunder, ihr habt. Das gibt Kloppe. Okay. Warum hieß der da nicht auf mich? Hallo? Da ist noch jemand anders. So, du. Blöder Vogel, du. So. Bam. Bam. Ich habe gelevelt. So. Arschloch. Der Nächste. Wer ist eigentlich Freund, wer ist Feind? Warte mal. Du? Der da. Okay. Gut. So. Ihr habt noch keine Ausdauer mehr. Aber jetzt müssen wir rennen. Alles klar. Ich habe nur keine Ausdauer. Wartet mal auf mich. Kommt doch das nächste Mal mit mehr Männern. Ja, laufen wir einfach der Wache direkt in die Arme. Warum nicht? Hallo, Heinrich. Hallo. Du hast keine Zeugen. Ja, ja. Fritz, du bist jetzt schon langsam. Geile Szene, oder? Wirklich gut, finde ich. Fällt auch bestimmt niemanden bei helllichten Tage auf, ne? Die Keilerei. Ai, ich sehe gerade, ich habe keine Verletzung davon getragen. Gut. Na gut, das war gerade so ein bisschen Mountain Blade Style. Weil ich schicke mal an die Jungs vorn und schlage von der Seite zu. Boah, ey. Beweg dich, Junge. Was seid ihr denn so langsam, Jungs? Ich renne doch nicht mal. Ich sprinte nicht, ne? Das ist normales Vorwärtslaufen, was ich hier mache. Selber. Ich laufe einfach bei Matthäus hinterher. Wenn ich durchkomme hier. Hallo, Mutti. Ne, ist sie gar nicht. Boah, es ruckelt gerade ein bisschen bei mir. Ingame. Jetzt Finger abschlecken. Da kommt der Nier und Green Monkey von YouTube und wollte mal fragen, ob Patricia 2 durch ist oder kommt noch Eldermann, Quest und Co.? Dann hast du das nicht mitbekommen, mein Lieber. Ich hatte hier im Stream eine Abstimmung gemacht, weil ich gemerkt habe, dass die Aufrufe sowohl hier im Stream als auch auf YouTube leider grottenschlecht geworden sind von Patricia 2. Weil ich jetzt sehr gerne weitergespielt im Stream, aber es wurde halt dafür gestimmt, dass ich das erstmal nicht mehr streame. Ich werde aber, sobald wieder ein bisschen Platz in meinen Slots gekommen ist, werde ich die Robin Zeitreisen wieder als Let's Play Reihe machen. Also, dass dann mindestens sieben Folgen pro Monat zu sehen sind. Und dann würdest du in Patricia 2 dann damit starten, dass ich nochmal neu anfange. Aber diesmal mit anderer Stadt, andere Startgüter und so weiter und so fort. Schön, dass du dich meldest. Freut mich. Gut, das haben wir überlebt. Matthäus. What now? Die Kackdeutschen haben wir es gegeben. Ha, das war ziemlich knapp, was? Pff, der alte Sack hatte keine Chance. Ja, aber hoffentlich verpfeift uns Hans nicht, dieser scheiß Kerl. Lass ihn doch pfeifen. Was können sie denn schon groß tun? Nur weil wir ein bisschen Mist geworfen haben. Ein wahres Wort. Den Deutschlingen kann sowieso keiner gut leiden. Gleich zur nächsten Keilerei. Wir haben es ja Mutti nicht versprochen, dass wir uns nicht prügeln dürfen. Zwinker, Zwinker. Ich bräuchte Hilfe mit Kunisch. Sicher doch. Eine Hand wäscht die andere. Na dann los. Heinrich, schön, dass du da bist. Ich weiß, ich habe die Dietriche und könnte eine Sneaky-Mission machen, aber... Die Dietriche kann ich auch woanders verwenden. Ähm, Kunisch läuft gerade weg. Kunisch, schmeng deinen Arsch raus. Ich muss dir was zeigen. Dann kommt er. Gut. Ich gehe schon mal in die zweite Reihe, Jungs. Ich habe ja immer noch ziemlich Investoren im Gesicht von ihm, wie man sieht, ne? Ich habe durch das Zeitreise-LP losbekommen und auch wieder eine Runde angefangen. Aber habe den Spielstand verhauen. Ähm, habe Eldermann-Piratenjagen angenommen, gespeichert und kriege das Nest absolut nicht down. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Da empfehle ich auf jeden Fall mal mehrere Speicherstände. Die wirst du noch brauchen bald. Die Dietriche. Ja, denke ich auch. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, ne, komm, wenn ich schon hier drei starke Jungs habe und mein Heimpfling dazu. Er kommt nicht raus. Und du? Matthäus? Hast du eine Idee? Du? Oh, nicht? Du? Ah, jetzt kommt er. Alles klar, er rennt sogar. Was zum Teufel wollt ihr hier? Soll ich euch mit dem Riemen dreschen oder den Büttel rufen? Versuch's doch, alter Saufkopf. Jetzt gleich wieder los hier. Und er gleich wieder auf mich, wa? Ha, ich habe mich endlich mal erwischt. Jo, Jungs, ihr könnt abhauen. Den Kappen schon. Den Kappen schon. Geht weg. Jo, jo. Hahaha. Genug. Genug. Ich gebe auf. Immer zu uns. Es ist nicht viel, aber alles, was ich habe, kann ich nicht. Warum bin ich beim ersten Mal so? Hahaha. Alter, was war das gerade? Hahaha. Ah, Clip. Hahaha. Okay. Ich habe mich ein bisschen verfolgt. Vielen lieben Dank für deinen Follower. Ja, also grundsätzlich werde ich so gut wie alles, was ich hier streame, auch auf YouTube veröffentlichen. Ich habe dann jetzt auch nächste Woche schon mal ein bisschen was vor. Gibt es noch ein entsprechendes Infovideo. Ich will jetzt hier nicht spoilern. Jetzt muss ich bloß erstmal den Clip hier richtig anpassen. So. Meine Jungs haben keinen einzigen Schlag gelandet. Und vorhin hat der mich so verprügelt, der Kulisch. Krass. Ihr dürft natürlich auch jederzeit gerne sowas clippen, wenn so eine witzige Situation passieren. Oder auch, wenn ich mich dumm anstelle, wenn irgendwas richtig Schönes dabei ist, was episches und so weiter und so fort, könnt ihr jederzeit machen. Dann muss ich das nicht machen. Tut mir nur bitte den Gefallen, wenn ihr clippt, passt nochmal den Zeitraum vom Clip an. Da ist ja so ein extra Schieberegler. Den könnt ihr auch bis auf einer Minute verlängern. Und nochmal hin und her schieben. Und benennt den Clip, auch damit ich weiß, er war kein Versehen. Es gibt ja viele von euch, die den Chat gerne ausblenden zum Beispiel und dann lieber auf den Kinomodus klicken wollen. Und dann versehentlich auf Clip drücken. Und dann können sie ihn nur umständlich wieder löschen. Alter, was war das gerade bitte? Das ist der Hammer. Speichern. Definitiv speichern. Danke für deinen Sub. Hä? Ne, das ist ein Follow, Gregor. Kein Sub. Das war ein Follow. Ja, der Gregor ist ein alter Mann, der weiß noch nicht so jemals Twitch und so. So. Ab an die Kiste. So. Hammer. Nägel. Immer noch kein Gate. Mittags aufstehen, Häuser bewerfen und alle Leute verprügeln. Der junge Recke ist ein strahlender Hit. Ja. Das war das Mitte, Alter. Die ist echt nur ins Vorfeld? Gate drin oder so? Das ist doch zum Heulen. Ja. Kann ich ihn noch ausnehmen? Der ist schon weg, wa? Ne, er sitzt jetzt hier. Na gut, Börschchen. Hast mich klein gekriegt. Nimm, was du willst. Aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Aber ich hab doch jetzt gar kein Gate, ne? Ja. Ah, dann krieg ich vielleicht bei der Burg wie in der Parierstange Gate. Dann wird das vielleicht bei der Parierstange sein. Weil ich muss ja auch Bier kaufen. Ich brauch ja Bier und Kohle. Tour im Haus und ich war doch im Haus drin. Da war doch nichts weiter in der Truhe drin, außer die Questgegenstände. Ah. Ja. Hast du jetzt den Schlüssel? Ist noch ne zweite Truhe hier und ich seh den Bus grad nicht. Könnt mich jetzt hier setzen. Oh, ich esse noch mal sein. Achso, sein Essen ist leer. Na gut. Jetzt muss ich setzen. Na klar, ich könnte jetzt auch Äpfel und so verkaufen gehen, die ich ja vorhin gesammelt habe. Parierstange bekommst du kein Gate. Ja. Aber er hatte jetzt kein Gate hier drin. Vielleicht liegt es daran, dass ich am Anfang beim Dialog, habe ich ihm gesagt, dann bezahle wenigstens das Werkzeug. Und deswegen ist das Geld jetzt keine Option. Also muss ich jetzt anders wieder an Geld rankommen. Dann viel Erfolg beim Einkaufen, Senpai. Dann hast du dich schon aus dem Inventar. Aber die Sachen, die ich jetzt im Inventar habe. Moment. Achso. Das Werkzeug verkaufen, meint ihr? Ja klar, ich soll ja das Werkzeug gar nicht zurückbringen. Klar, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ich soll ja gar nicht das Werkzeug zurückbringen. Ich kann es ja verkaufen. Oder kann ich es als Waffe anlegen? Geht das? Weil wenigstens die Axt, den haben wir verkaufen, ne? Warte, Spieler. Ach siehste, ich habe noch nicht mal gelevelt, wa? Ich habe noch nicht mal gelevelt. Was bringt das hier? Kuh. Info. Du kommst 30% länger ohne Essen aus, aber sobald du Hunger bekommst, sind die negativen Auswirkungen stärker. Das Leben ist hart. Du stammst aus ärmlichen Verhältnissen und bist den Komfort bequemer Betten nicht gewohnt. Schlechtes Bett, desto besser. Duftes Mann ist. Wenn du schmutzig bist, hast du bei Gesprächen mit Frauen 50% mehr Charisma. Allerdings stinkst du so penetrant, dass andere dich leichter bemerken. Ausdauer regeneriert sich nachts 20% schneller, tags jedoch 10% langsamer. Erhöht die Sichtweite bei Schnellreise, wodurch du unterwegs Ereignisse früher bemerkst. Das klingt erstmal wie minimaler Stufe 2. Kann ich wahrscheinlich noch gar nicht machen, wa? Oder? Doch, kann ich. Okay. Ach ja. Mit Level 1 gestartet, Level 2 bin ich. Okay. Immerhin schon mal etwas. Äh. Kuh wieder ausblenden. Wie komme ich jetzt wieder zurück? So, okay. Stärke, Agilität, Vitalität, Redekunst. Ich habe einen Charisma Plus. Das Auffälligkeit ist auch hoch. Hier steht aber kein Indikator bei, warum, oder? Doch. Nee. Kann ich aufklappen und sehen, was daran schuld ist, wa? Na gut, vielleicht, weil ich schmutzig bin und eine politische Fresse habe und immer noch einen Kater habe. Steht hier nur ein Zubal? Schade. Na gut, äh, Stärke. Bollwerk. Genische Angriffe mit einem Schild zu blocken kostet dich 30% weniger Ausdauer. Okay, ich habe bloß noch kein Schild. Leichen oder Bewusstloser zu tragen verbraucht keine Ausdauer. Zudem verlangsamt sich das Tragen nur halb so stark. Deine Chance, die Gegner, in die Umklammerung zu überwältigen, ist 40% erhöht. Das finde ich super wichtig, aber Maximalstuk für 4. Das kann ich noch nicht lernen. Boah, nehme ich erst mal Bollwerk. Habe ich noch einen Slot frei? Habe ich noch einen Punkt oder wie? Oder wer da weit oder wo? Ich komme mit dem System noch nicht klar. Ich kriege das irgendwann noch raus, ja. Ah, ne, habe ich nicht. Ne, ne, habe ich nicht. Gut. Ich finde es so irritierend, dass hier überall das Plus so steht. Ach, ich hatte jetzt nur einen... Ach, ich hatte jetzt... Jetzt verstehe ich das. Ich hatte nur einen Punkt. Einmal auf die Hauptstufe und einmal auf die Werte zu vergeben. Okay. Ach. Ach so, und Samo, falls du noch da bist, danke für den Hinweis vorhin. Ich habe es geändert im Nightboard, ne, wie du jetzt siehst. Okay. Steht nur hinzu, schreibt da Graven. Na gut. Da muss man von selbst drauf kommen, ne. Steht hier vielleicht nochmal als Info? Rausch, mehr zeigen, Info? Ne, das ist jetzt wieder Agilität. Warte. Mist. Statistiken, Ruf. Buffs. Info. So viel Text. Ich muss Zahlen sehen. Ich bin doch Buchhalter. Das hatten wir schon mal gelesen. Maximaler Bonus hatten wir auch erfahren. Ah, Auffälligkeit. Es erhöht die Auffälligkeit. Okay, es kommt tatsächlich daher. Ja, plus auf Charisma, weil ich halt noch Alkoholintussate habe. Ja, gut, okay. Na denn, hier wollen wir mal zum Händler verkaufen, Axt und Hammer. Aber offensichtlich kann ich diese Werkzeuge auch nicht als notdürftige Waffen ausrüsten. So, das sieht nach Händler aus hier, ne. Dorfbewohner. Klopf, klopf. Hi, Händlerin, du da. Ähm, hallo? Danke, ebenso. Lass uns Handel treiben. Fackel. Okay. Ähm, mach mal Info wieder weg. Ähm. Sonstiges, oder wie, oder, 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 ich hab ein Spieleset, ich hab ein Schuster-Set, was? Nein, ich will verkaufen, oh Gott. Oh, jöt, hier, Sonstiges. Kuhne, Steine, Axt. So, und den Hammer, so. Das beiden natürlich. Ne, warte, die Nägel darf ich ja auch verkaufen. So, klar, aufrechter Ding. So, jetzt gehen wir in den Warenkorb. Und jetzt will ich feilschen. Besprechen wir den Preis. Nun, versuchen wir es. Euer Punky, grüß dich. So, jetzt seht ihr gar nicht den Verhandlungsbalken, aber ihr seht ja wenigstens über mir einigermaßen, wie voll das Ding ist. Also, ich würde gerne, statt der 3,9. Ne, warte. Hier steht da jeweils Erhalte. Das ist jetzt irritierend. Warte, T nochmal. Mein Geld da oben. Ursprünglicher Preis auf der rechten Seite. Letztes Angebot des Händlers auf der linken Seite. Und mein Angebot, was? Dein letztes... Was? Okay. Okay. Jetzt gehe ich ja runter. Ne, ich möchte hochgehen. Ich sag mal 4,9 als erstes Angebot. Einverstanden? Weniger. Ist sie doch schon um 0,3 mir entgegengekommen. Aber die hat schon gar keinen Bock mehr. Ich gehe jetzt auf das Angebot ein. Ja. Da schlage ich zu. No, haben wir doch ein bisschen... Ah, es geht. In Redekunst, denke ich mal. Nehme ich mal ganz stark an. Und B? Ein paar Talerchen mehr bekommen. Und den Plünder sind wir los. Problem ist nur... Shit. Die Kohle kostete 5. Ich muss ihn runterhandeln. Ich habe jetzt 4,2 Taler. Groschen. Ich hätte den Schlüssel verkaufen können. Warte. Wir waren noch nicht fertig. Darfst nicht zu viel machen. Jaja. Habe ich schon drauf geachtet. Den Schlüssel kann ich nicht verkaufen. Den Schalüssel kann ich nicht verkaufen. Verkaufe ich ein paar Äpfel? Aber nicht alle? Na, einen mehr bitte. Giese, Brot, die Linsensuppe. Haltbarkeit ist nicht mehr ganz so toll. Ich bin aber gesättigt, ne? 77. Ja, jetzt haue ich mir ein bisschen Brot und Käse hinter. Dann passt das schon. So. Warenkorb. Feilschen. Achso. Nicht E. X. Reden wir über den Preis. Klar, warum nicht? 2,1. Das würde ja schon mal reichen. Wenigstens für die Kohle. 2,8 ist das höchste überhaupt. Okay. Was sie noch hat an Geld. Verstehe. Okay. Ich versuche mal auf 2,5 zu erhöhen. Was sagst du dazu? Sire, wir können uns endlich mehr Käse-Toast leisten. Immer so viel. Naja, um 0,1 höher gegangen. Ihre Ausdauer ist da noch... Kann ich nochmal 2,3 sagen? Vielen lieben Dank erstmal für den sechsten Monat, Eupunky. Zufrieden? Wir kommen der Sache näher. Noch etwas weniger. Mist. Und Ausdauer... Okay, ich hätte mich also jetzt noch rantasten können. Das war mir wichtig. Gut, nimm mal 2,2. Das ist ein vernünftiger Preis. Gut. Okay. Immerhin. Jetzt haben wir ausreichend Geld für die Kohle. Nehmen wir Kohlekurven. Ist der andere Fatzke weg? Gut. Wer bist du denn? Ist das nicht die Frau vom Deutschen? Ne, Maruna. Der hätte auch so eine Frisur gehabt, ne? Ähm, da. Moin. Glück und Gesundheit. Danke ebenso. Handel. Alles Gute. Äh... 10 waren das. Okay. Annehmen. Warenkorb. Verhälschen. Versprechen wir den Preis. Selbstverständlich. Reicht das dann auch fürs Bier? Scheiße, da hast du recht. Äh... Das wird nicht fürs Bier reichen. Ich guck mal, wie weit er mit runter geht. Ich hab jetzt 6,4. Wenn ich davon jetzt 3, irgendwas ausgebe, könnte das noch fürs Bier reichen. Was sagst du dazu? Mehr. Jetzt war mir klar. Mal gucken, was er eine Ausdauer jetzt dazu sagt. Uh, der ist pissig. Da geht nur 0,6 runter. Nee. Ich mach's anders. Oh, verschlechtert. Was? Was? Ich mach's anders. Ich geh jetzt nach Hause, leg mich schlafen und hoffe, nächsten Tag sind die Preise besser. Nein. Ich geh jetzt jedoch noch die Zwiebeln und Karotten und alles holen und verkaufe die noch. So. Und immer schön rennen, weil das gilt ja anscheinend auch die Ausdauer. Nehm ich mal an. So, alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Wie? Okay. Das ist ein und dasselbe Regal. Okay. Äpfel. Gut, wir werden zwar verhungern über Winter, aber ich krieg die Kohle gekocht. Und es wird schon mal nicht kalt. Ach, du Heilige. Ach, du Heilige. Oh nein, ich bitte nicht so ein System. Ach, du Heilige. Du hast gelernt Schlossschmiede. Ach so, okay. Oh, Alter, da muss ich ja die Sensibilität meiner Marse richtig hart runterdrehen, ey. So, noch tiefer geht nicht. Ähm. Wie war das jetzt? Hä? Ach so, Schloss drehen, genau. Ja, ich drehe und drehe. Hä? Hä? E. Ich muss mit E und mit D arbeiten, ach du Heilige, okay. Hä? Ach, ich muss hier noch einen Punkt finden. Ah. Ach du Heilige. Ach du. Hä? 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 Jetzt muss ich erst mal die Kamera. Sensibilisierung wieder hochschalten hier. So. Die Speisen des Herkules. Ein Buch, oder wie? Fertigkeitenbuch zum Thema Stärke. Was ist das hier? Ein Spielwürfel, den Heinrich heimlich hergestellt hat, damit er ihm Glück in der Liebe bringt, weswegen er damit auch lieber nicht spielen möchte. Das ist nur eine Leihgabe, das ist Taschengeldvorschuss, ne? Weil Papi hat ja mächtig viele Aufgaben gestellt und die sind sehr teuer dafür, dass er mir kein Geld dafür gegeben hat. Hand aufs Herz, wer von euch hätte es gemacht? Im Spiel, nicht in Real Life. Macht man in Real Life natürlich nicht die Mami und Papi beklauen, geht nicht. Aber im Spiel, wer von euch hätte es gemacht? So, falsche Taste. Ich, sagt der Duck Raven. So, lesen wir das Ding mal. Oh. Wir können doch nicht lesen. Ja, Jutsch, wir müssen erst noch lesen lernen. Ah, wie cool ist das, bitte. Könnte ich jetzt nur fallen lassen. Ob der irgendwann noch wichtig sein wird? Weil als Quest-Gegenstand steht der nicht drin, ne? Ansonsten wäre der auch saumäßig viel Geld wert. Ich gehe jetzt aber trotzdem dir die ganze Gemüse verkaufen. Ich brauchte es nicht. Bei mir habe ich die Sachen von Konisch genug eingebracht. Kann es sein, dass wenn ich langsam hochschraube beim Falschen, dass ich einen besseren Preis erzielen kann, als wenn ich gleich hoch ansetze und wir es dann langsam einigen? Kann das sein? Heinrich, schön, dass du da bist. Ja, ich habe noch mehr für dich. Entweder du kannst mit dem Würfel spielen oder er erhöht dein Charisma bei Frauen, könnte sein. Alter, er sieht so zerschunden aus, war... Krass. Handel. Ich möchte wieder verkaufen. Nahrung. Nochmal die Hälfte der Äpfel. So, Pima Daumen. Dann alle Karotten. Sämtlicher Kohl. Sämtliche Beete. Und Zwiebeln. Ich würde dafür 13,8 erhalten. Mein Ruf bestimmt auch noch den Preis. Okay. Vermögen des Händlers ist ausreichend. Das wollte ich gerade noch wissen, ja. Warenkorb. Ich will wieder Falschen. Lässt sich was am Preis machen? Ja. Ich will 14,5 mindestens. Boah, Alter. Hier machst du ja durch Riesenschritte. Ich setze mal bei 16 an. In Spielen muss man sich alles krallen, was geht. Gerade als Abenteurer. Ja, finde ich auch. Ich spiele aus Skyrim lieber als Schurke und Dieb. Als, äh, als, ja. Zwei handschwingender Krieger oder intelligenter Magier. Ehrlich gesagt. Ich setze jetzt mal bei 15 an. Mal gucken, wie weit es mir entgegenkommt. Weil du es bist. Schon besser. Etwas weniger und wir kommen ins Geschäft. 14,5. Ausdauer ist jetzt nicht ganz so... Ich kann jetzt keine kleinen Schritte machen. Das ist voll fies. Könnte ich sagen, ich sage jetzt trotzdem nochmal 15 und sie kommt mir dann entgegen. Willkommen zurück, Senpai. Chat, jetzt dürft ihr mich mal ein bisschen spoilern. Darf ich jetzt nochmal sagen, 15 Taler, damit sie mir entgegenkommt? Noch ist ihre Ausdauer nicht überreizt. Man kann auch als Paladin alles klauen. Ja klar, wenn du vorher die ganze Dorf abschlachtest, klar. Oder spätestens danach, wenn du erwischt wirst. Aber trotzdem, wer von euch das weiß, bitte einfach mal Ja oder Nein schreiben. Kann ich jetzt einfach nochmal sagen, 15 Taler bitte? Wie im letzten Angebot? Und sie kommt mir dann entgegen. Ist das gerade Werbung? Nö. Keiner schreibt es. Probieren. Okay. Was sagst du dazu? Nicht schlecht. Senke deine Ansprüche noch etwas und wir sind uns einig. Nee, sie hebt nicht an. Okay. Ist ihr letztes Angebot. Dann gehe ich jetzt darauf ein. 0,5 Groschen mehr. Einverstanden. Warum nicht? 0,5. Haben oder nicht haben. So. Jetzt haben wir uns noch ein Pferd. Und hauen ab hier. Ah, Bianca. Wisst ihr, ich habe fast vergessen. Gut. Äh. Erstmal den Stab holen. Auf der Karte kicken. Stab ist da hinten. Kann ich das jetzt irgendwie mal... Ach, hier mit Marker. Ah. Oder auch einfach D merken. Gut. Ja. D. Wie Dora. Ist ja schon fast zu Hause. Okay. Äh. Du siehst ein bisschen blutig aus, Bischek. Geht's dir nicht gut? Willst du mal meine Faust schmecken, du? Sack du. Entschuldigung. Ähm. Dori hat's auch noch nie gespielt. Ja, schon hast du vorhin geschrieben. Aber ist ja das Schöne, finde ich jetzt auch für Gori. Er hat's noch nie gespielt. Er hat sich das aber letztens gekauft, das Spiel. Er kann jetzt trotzdem andere Entscheidungen treffen als ich. Um das Spiel anders zu erleben. Moin Jungs. Alles klar. Mach doch mal Platz, Junge! Ich kann den Deutschen jetzt auch noch zusätzlich verpfeifen. Das ist interessant. Ich mach's mal. Ich war eben im Wirtshaus. Der Deutsche zerriss sich über den König das Maul und meinte, Siegesmund sollte König sein. Der Bastard! Eines Tages schlägt ihm einer die Zähne ein, wenn er nicht die Klappe hält. Mal gucken, ob das jetzt wiederum irgendwas triggert, damit wir halt hinterher nicht nochmal Ärger bekommen, weil wir uns ja mit dem Sohn des Deutschen und seinen Kumpels geprügelt haben. Schauen wir mal. So, aber jetzt wegen der Parierstange sind wir da. Der Vater schickt mich. Wir schmieden Herrn Ratzis Schwert und der Kämmerer hat die Parierstange. Vater ließ sie in Sasau gravieren. Ja, hier ist sie. Der Kämmerer gab sie uns. Haben Sie angesehen? Hervorragende Arbeit. Sowas Feines habe ich noch nie erblickt. Kannst kaum erwarten, das Schwert zu sehen. Verpfusch es ja nicht. Wann habe ich jemals etwas verpfuscht? Wo soll ich anfangen? Sei still und gib das her, sonst reiße ich dir heute Abend den Arsch auf. Alsbald, werter Herr. Großartig. Zu schade, dass ich das Schwert nicht behalten kann. Tja, ich muss los, damit wir heute Abend fertig werden. Viel Erfolg. Wir sehen uns später in der Schenke. Auf jeden Fall. Heute geht das Bier vielleicht sogar auf mich? Bei dem, was wir heute gemacht haben? Ja. So, darf ich jetzt bitte mal durch? Ach, Mann. Also, Burg erobern geht schon mal so nicht. Ey, das wäre noch geil, oder? Das Spiel. Von seiner Funktion her. In einem Open World gemacht. Sandbox-Modus. Dass du auch eine Burg erobern könntest. Und die Leute dir dann dienen müssen. Und du dann aber mit den Leuten halt zusammen die Verteidigung aufbaust. Ein kleines Heer aufstellst. Und so weiter und so fort. Das wäre nice. Wer petzt, wird schwarz angemalt. Kommst mit rein. Das ist nicht petzen, sondern Wahrheit. Ja, stimmt. Ich habe ihm ja nur die Wahl gesagt. Ich bin doch ein treuer Bürger. Ein treuer, pflichtbewusster Bürger. Und musste jetzt natürlich meinem Kumpel, dem Wachsoldaten, sagen, ey, dem da müsstest du dem diesmal die Fresse polieren. Warband hochmodern. Ja, das wäre es doch eigentlich, ne? So richtig hochmodernes Warband eigentlich. Nur nochmal aus der Ego-Perspektive nochmal tiefer reingegangen in diese ganzen Details. Dass ich auch wirklich die Leute alle per Name dann kenne. Dass ich mit denen aufgewachsen bin teilweise. Mit denen zusammen dann halt beim Nachbarn ins Dorf einfalle, dann plündern gehe. Und so weiter und so fort. So richtig auch eine Story dahinter selbst schreiben können. Das wäre so ultra genial. So, warum darf ich jetzt nicht speichern? Nein! Ich brauche Schnaps zum speichern? No way! Ja gut, ich wollte mich gerade mal kurz eine kleine Pipi-Pause machen. Schön, petzen ist immer die Wahrheit, sonst wäre es ja verleugnen. Ja, trotzdem mag man petzen nicht. Das wusste ich nicht, dass ich den Retterschnaps brauche zum speichern. Fuck! Okay! Schlafen oder saufen hilft dann beim Speichern. Ach, werde ich auch besoffen von dem Retterschnaps? Boah, alter! Okay. Weil du noch Kohle und Bier brauchst. Ne, ne, ich konnte ja vor ein paar Mal speichern, aber ich habe keinen Retterschnaps mehr. Das ist das Problem gerade. Oder Retterschnaps? Ne, Retterschnaps. Retterschnaps. Lol. Jut, ich bin gleich wieder da, Leute. Ich gehe nur mal kurz Pipi-Pause machen, ja? Stuhl ist Robin Schein-Firma, die für alles haftet. Die Steuern sind ein bisschen niedrig, mein Lord. Gory 1991 cheert. X50. Stuhl an die Macht. Übrigens hast du gar nicht mitbekommen, lieber Gory. Stuhl hat mittlerweile einen Namen, und zwar King Stuhli der Vierte. Der Dritte steht noch für meine Gäste bereit, sozusagen. So. Boah. Ihr seht wieder alles, was ihr sehen sollt. Wunderbar. Ja, gut. Also, das mit dem Speichern hätte ich dann also mal jetzt auch gelernt. Gut. Schwerkampftraining jetzt. Da weiß ich sogar noch von damals ungefähr, wo das ist. Das müsste gleich hier die nächste rechts rein sein. Achso, renn, Robin, renn. Du willst ja ein bisschen Ausdauer trainieren. War das nicht irgendwo hier? Moment, ich habe hier noch A, B und E. E, das Bier kaufen. Wo ist B? B, Schwerkampftraining. Okay, dann habe ich mich damit vertan. Habe ich noch andere Erinnerung. Ach, ja, hier vorne wird es dann wohl sein, wa? Moinsen. Willst du was lernen? Nö. Hallo, hallo. Denk nicht. Danke. Wie du willst. Ich schaue euch gerade. Oh, nein. Ja, Gregor. Draußen ist Stuhlgrin. Da stehen die alten Stühle im Gang. Hast du dich von der Verletzung gestern erholt? Ja, es ist nichts. Aber meine Mutter bemerkte sie und hatte ein Wörtchen dazu zu sagen. Keine Mutter ist erfreut, wenn ihr Sohn anfängt, sich für Schwerter zu interessieren. Wo Waffen sind, ist auch der Tod. Aber die Frage ist, was willst du? Nicht ewig in diesem Loch dahin siechen. Es kommt mir vor, als gehörte ich nicht hierher. Ich will die Welt sehen, aber das ist gefährlich. Also muss ich wissen, wie man sich verteidigt. Gesprochen wie ein Mann. Und heute ist deine letzte Gelegenheit, da ich fort muss. Also, bereit loszulegen? Frag Kunisch. Und Hans und seine Freunde. Klar. Also gut. Ich warte wie immer beim Schafpferch. Ach, dann war das doch da. Da das optional ist, mache ich das lieber zuerst, bevor ich dann zu Bianca gehe und mit dir dann versuche noch zu technischem Mächteln und das Bier zu kaufen. Weil das ist ja gerade das letzte auf meinem Dingensbruch hier. Da sind Schafe, wunderbar. Das ist auch das letzte dann, ne? Ach, ich habe die Kohle noch nicht gekauft. Ja gut, kann ich auch im Rückweg machen. Aber vorher würde ich mich gerne irgendwo waschen oder frisch machen oder so. Weil wir sind ja immer noch so verschrammt, verblutet und so. Und danach bestimmt gleich nochmal. Voll der Heldseher. Wer? Ich? Achso, nee. Wie gesagt, das hatte ich schon mal damals, wo ich das erste Mal angespielt hatte. Das war noch frisch nach Release. Alter, warum laufen die alle so langsam? Gibt es hier irgendwie mit... Ja, Jute, kann mit C auch langsam laufen. Aber dann ist es ja eher schleichen und ducken. Ich könnte ihn jetzt umhauen. Habe ich dann schon Meisterschaft bekommen, wenn ich ihn jetzt umhaue? Ähm. So mal, ihr seht schon, dass die Dörfer da brennen, oder? Äh, Kumpel, ich glaube, du wirst da hinten gebraucht. Da. Auf Namen stehen die Frauen, aber die... Scheiße-Finger sind vermutlich ein Hindernis. Scheiße-Finger? Gandalf, mach's gut. Um fünf rappelt der Wecker. Ach, du heilige, was? Na, dann schlaf. Gut, danke, wirst du dabei gewesen sein. Capslock? Capslock kann man gehen? Moment. Ist Capslock jetzt drin? Nö. Jetzt aber. Ah, danke, Cookie. Und da kann ich auch direkt wieder ans Rennen reinsprinten. Nö, ha, 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 ha. Lauf, ihr Schafe! Hm. Den klipp ich sogar selbst. Den fand ich gut. Spontaner Ausraster zwischendurch. Passt die Länge? Länge passt. Oh, mit der Schäfer. Läuft eigentlich die Zeit ingame von dem Tag jetzt hier? Bestimmt, oder? Ja. 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 Zack. Gespeichert. Zack. Jo. Sorry. Ähm. Ja, gut. Machen wir ein Training, ne? Na? Kannst losgehen? Bin bereit. Äh, bereit. Ich will mal Enter drücken. Warum drücke ich nicht einfach E? Gut. Und da heute unser letzter Tag ist, wirst du mir alles zeigen, was ich dir beigebracht habe. Frostkampf? Ja. Gut. Beginnen wir mit den Grundlagen. Bleib in Bewegung. Mami, 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 Mami. Äh. Warte mal. Äh. 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 Lä. 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 Ich sehe nichts. Lä. Gut. Versuch jetzt mich anzugreifen. Du musst dein ganzes Gewicht in einen Schlag legen. Halbherzigkeit bringt hier nichts. Schlag aus verschiedenen Richtungen zu. Unberechenbarkeit ist der Schlüssel. Wiederhole dich nie. Ja, ich wollte schon treibach zuschlagen, während er noch gequatscht hat. Jetzt kapierst du's. Aber er blockt natürlich alles, weil er ein Meister ist, ne? Gut. Warum schlägt er jetzt nicht von unten, wenn er nicht von unten attackieren möchte? Jedoch. Alles eine Timingfrage und das wird echt schwierig. Versuch es mal. Ähm. Wie denn? So? Ah, gut. Alles klar. Jetzt kapierst du's. Dennoch intuitive Steuerung, muss ich gestehen. Jetzt kapierst du's. Ach so? Gut, sehr gut. Probieren wir etwas anderes. Einen Schlag abzuwehren ist ein Kinderspiel. Viel schwieriger ist es, eine Kette von Angriffen zu parieren. Sobald du einen Treffer landest, hol gleich zum nächsten Schlag aus. Bitte lass mich ihn einmal erwischen. Okay. Oh, das war eigentlich ne gute Kombi, würd ich sagen. Ey, du kotzt doch nicht gleich, Junge. Das ist doch nur ein bisschen Schwertkampftraining. Hier geht dabei, ich bin müde und durstig. Aber vergiss nicht. Arbeite hart an dir. Niemand wird über Nacht zum Schwertmeister. Du musst üben und üben. Das Wichtigste ist aber, das einzusetzen, das nun echt mit der Füße gelernt hat. Ich bin mehr als erfahrt. Sollte ich ihm jetzt hinterherlaufen, oder? Wie hat er sich das gedacht? Ist er jetzt immer noch am reden? Was? Bäh! Bäh! Entschuldigung. Würde ich im Real-Life nicht machen. Aber Schafe im Spiel nerven. Bäh! So, Kohle kaufen Ne, warte, da So, hi Kumpel, jetzt zum dritten Mal Tut mir echt leid, aber ich muss ja das Spiel auch erstmal kennenlernen So, 10 Kohle bitte So, Wagenkopf, ich will trotzdem feilschen, klar Diesmal zieh ich das auch durch Warum nicht? Seine Haare müssten auch mal gemacht werden, ey War hinten halb kahl gerade So, ich möchte nur 4 zahlen Weil du es bist Du bist ein Knauser Na komm, dann komme ich dir noch mal 3 entgegen, damit du mir auf 4,5 entgegenkommst, oder? Einverstanden? Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft Ja, hier toll, 4,5 nehmen wir Ah, das ist ein vernünftiger Preis Das sind die 10 Sack Kohle Sag mal, brauchst du deinen Bogen noch? Ich würde ihn dir abnehmen Für zwei Taler Und das Pferd dazu Ist nicht deins? Ist egal Sorgt dafür, dass es deins wird Gut, dann mit dem anderen muss ich wahrscheinlich noch üben Äh, Moment Ich wollte mich vorher irgendwo mal waschen, oder so Warte mal, da hinten war doch ein Brunnen Kann ich mich nochmal irgendwie frisch machen? Geht das? Ah, hier ist mit dem Wasser vielleicht auch nicht wirklich, oder? Ist hier nicht irgendwo ein Fluss, oder so? Die Burg braucht doch Wasser Kann ich mich irgendwo frisch machen? Frage an den Chat Wer es weiß, bitte mal reinschreiben Ob ich das hier schon irgendwo machen kann? Mal so ein bisschen waschen, oder so? Ah Gefunden Trotzdem danke So Bisschen Hübschen macht Haare nach hinten gekämmt, und so Jetzt sind wir nicht mehr auffällig Achso Ich war ja sowieso auffällig, wegen dem Saufen, ne? Aber Ich hab auch nicht mehr das Blut hier dran Und bin auch nicht mehr so verschrammt im Gesicht Alles klar Willkommen Heinrich Ich wollte gerade schon wieder auf den losgehen, ne? Dieser verdammte Verräter So Na dann Nicht Tab, sondern Caps Lock Echt schwierige Steuerung Ich glaube, mit Konsole spielt sich das einfacher Richtig sauber wirst du aber erst in einem Zuba Naja, besser als gar nichts jetzt, würde ich mal sagen, ne? Das war sogar der Vogt, mit dem der sich angelegt Hat, ist der Ist ja des Wahnsinns Okay Braucht ihr den noch? Könnt den einschmelzen Internet heute zum Kotzen Sorry, falls ich nicht immer gleich reagiere, Robin Alles klar Alles gut Zu nur kann ich wohl selbst reagieren, weißt du doch Bist du Bianca? Oh, Hallöchen, du bist Bianca? Grüß dich, meine Liebe Gut siehst du aus Du auch, mein Hübscher Was führt dich hierher? Deine Augen? Deine Schönheit natürlich Oh, edler Herr Ich fühle mich geschmeichelt Was könnte der werte Herr begehren, abgesehen von meiner Schönheit? Der Deutsche schwingt wieder Reden Ach, fang nicht mit dem an Er ist ein guter Kunde Aber wenn es um Politik geht Ist er unerträglich Wie oft ich ihn und die anderen schon rauswerfen musste Damit sie sich hier nicht prügeln Nun, er ist heute außergewöhnlich gut in Form Ja, Gregor, Bianca Kommt dir bestimmt auch ein bisschen bekannt vor Von dem äußeren Erscheinungsbild hier, ne? Ich dachte, Mika, eure Hochzeitsbilder gesehen habe So, Bier für den Vater Ich brauche Bier für Vater Ein Krug, wie immer Jawohl Ein Kalk und Keller Aber natürlich Ja, bitte Danke Das geht auf mich Du kannst es am Abend wieder gut machen Ausgeschlossen Hier Und heute Abend habe ich noch etwas für dich Okay Ich kann es kaum erwarten Danke Du kannst dich schon auf heute Abend freuen Du auch Ach, übrigens Dieser zwielichtige Kerl hat nach dir gesucht Waniak? Schätze, ja Bestimmt ist er einer der ehrliche Wandersleute bestiehlt Ich bin froh, wenn er verschwindet Was in Dreiteufels Namen hast du mit dem zu schaffen? Er versprach mir, mich im Schwertkampf zu unterweisen Was würde dir das nützen? Ach, hör auf Du klingst ja schon wie Vater Bisserteabend Heinrich Ich habe da etwas Spezielles für dich Ach ja? Und was könnte das sein? Dein Lieblingstrunk Retterschnaps Wir können speichern! Hoffentlich bedankst du dich später entsprechend Das werde ich Oh, die ist ja schon Also Ich hatte schon eine ganz süße Also Haben wir jetzt wirklich nur 0,2 Groschen gebraucht Fürs Bier? Hab ich das jetzt alles umsonst gemacht? Okay, umsonst nicht Wir behalten ja dann hoffentlich das Geld So Leute Mach mit dem Rauch nicht nach Sowieso schädlich und teuer Ja, ich muss zugeben Ich trödle sehr durch hier Aber ich lerne das Spiel auch gerade erst kennen Und Ich will nicht hetzen müssen Außer wenn es darum geht, Schafe zu jagen Ach, ich hab noch Capslock drin, ne? Ja So Das hätten wir Nur als Vorsichtsfrage Hast du in den Einstellungen die Nacktheit zensiert? Gute Frage War das hier über Erweiterte oder wo war Ich hab's irgendwo mal beim Durch Squallen gesehen Dass es das wohl gibt Es gibt auch Nacktheit? Aber jo Stream ist eh ab 18 Stimmt Stream ist eh ab 18 Also eigentlich dürfte ich Ne Sobald Nippel dabei sind Gibt's Probleme mit Twitch Egal ob ich ab 18 sage oder nicht Wo ist denn das Einstellbar? Spieloptionen anscheinend nicht, ne? Erweiterte Grafik Ah, ich war schon nur Grafik wahrscheinlich Auch nicht Gibt's das überhaupt? So Allererst einmal So Wenn man ein bisschen die Musik leiser macht Ach Okay Siehste Da wollte der Automod gleich wieder Ist erlaubt Okay, danke Automod Wollte gleich wieder Dem einen geben Ja, Gene ausschlitzen Kein Problem Aber Nippel Ja, genau Aber witzig Wenn man das Wort klein schreibt Wird's nicht sensiert Ich kenne das nur bei Conan X Zeits Mit der Nacktheit Ja Und bei Cyberpunk Aber hier Gibt's gar nicht die Möglichkeit zu Oder ich seh sie nicht Also ihr seh schon Ich musste teilweise echt Niedrig schrauben, ne? Aber ich seh keine Optionen dazu Oh, das geht nur vom Hauptmenü aus Aber dann müsste ich jetzt den Ritterschnaps verbrauchen Boah Oder wenn ich jetzt Speichern beenden mache Verbraucht der dann den Ritterschnaps? Ne, ne? Ja, selber schuld, Cookie Wenn du den Bein aufazockst Tipp für die Verheirateten Im Schlafzimmer kann man die Nacktheit auch ausstellen Hinsichtlich Scheiter Mit der Nacktheit ist noch nicht dringend Ah, gut, okay Dann mach ich erstmal weiter Ähm Ich dachte mir, wenn ich schon mal hier bin Ich kann nochmal gucken Ob da vielleicht doch irgendwas dabei wäre Was vielleicht doch gratis angeboten wird Als Häppchen Kann ich nochmal mit ihr reden? Neue Dialoge? Ist ja auch so lange her, ich weiß Wir könnten handeln, okay Was hat denn die so da? Kostet aber auch ne ganz ne Menge Das Ding, ne? Ich hab 23,5 Taler mittlerweile Wow Ja, gut Warte, was war das hier? Schnaps Einfach nur Schnaps Okay Ne Ah, hier, Ritterschnaps Was? 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 104 zum Speichern? Boah Alles klar Den werde ich mir selber herstellen Das steht fest Wenn's geht Also ich weiß, dass man es selber herstellen kann Aber Ist dann aber die Frage Ob ich gerade alle Zutaten habe Und ja Wenn du aufs Spiel beenden gehst Brauchst du auch Ritterschnaps Zum Speichern Was? Oha Okay Wie viel hat's ihm jetzt gegeben? Wo ist der überhaupt zu finden? Hier Das ist Menge, oder? Fünf Ich hab mir einfach mal fünf Ritterschnapse Für Lau gegeben Das sind 500 Taler Wow Okay Ich will jetzt trotzdem mit denen sparsam umgehen Sonst heißt es irgendwann 24 Stunden Stream versehentlich Ja genau Danke Gregor Danke Gregor Dass du genau das schreibst Beim Beenden Brauchst keinen Schnaps Schreibt Göttin Da Peinlich Todesarten Okay Wir probieren es jetzt aus Speichern und Beenden Ja So Start das Spiel wieder neu Achso Warte Er hat's noch im Hintergrund Moment Er synchronisiert gerade noch Irgendwas So Okay Synchronisieren Wieso Steam Cloud Will ich doch gar nicht Trotzdem spielen Ihr sagt nicht Ich muss von vorne anfangen Ihr sagt nicht Das ist zwangsweise Steam Cloud Kannst du aber nur die letzten Spielstände auswählen Okay Alter skippen wir jetzt durch die Dialoge Die wir nochmal wiederholen müssen Vielleicht darf ich konisch nochmal verprügeln Mal gucken Ja ja Mach hier Hallo So Ich darf halt nur echt nicht zu lang streamen Heute Ich muss noch die morgige Folge Von Gilde hochladen Und morgen noch die Sonntagsfolge aufnehmen Und die nächsten Mount & Blade Folgen endlich aufnehmen Oh da freue ich mich auch schon drauf Endlich darf ich wieder selber aufnehmen Und nicht mehr wo Streammaterial verwursten Halb elf Starten wir mal Kingdom Come Ja Das Chatting war jetzt aber nicht die ganze Zeit immer drin Ne Gut So Spielstand laden Guck mal hier Das war vor drei Minuten Ein Autosave Vermutlich nach dem Dialog Mit ihr Nachdem sie mir den Schnaps gegeben hat Ja die langen Ladezeiten müsst ihr euch heute mal nach dranheben Beim nächsten Mal wird das schneller gehen Wenn ich das auf meine SSD geschoben habe Und schwiegen dann dafür wieder runter Ich brauch 60 Gigabyte Scheiße Ich hab nur so 80 frei auf der Weil ich so viele Spiele auf der habe Muss immer kicken Äh Ne das war bei Speichern und Beenden So wie Götter der rheinischen Todesarten sagte Hab ich jetzt trotzdem nen Schnaps verbraucht oder nicht? Nein Hab ich nicht Also Speichern und Beenden kann sehr viel Geld sparen Aber musste Ladezeiten in Kauf nehmen Beim Spiel Beenden nutzt er automatisch einen Schnaps wenn du einen hast Nein Coca Cookie Ich hab immer noch 5 Ich hab Speichern und Beenden gedrückt Er hat an der Stelle gespeichert Wo ich stehen geblieben bin Und ich habe keinen Schnaps verbraucht Ich brauchte einen Hast du vielleicht auf Hardcore gespielt? Deswegen vielleicht Cookie Dann ist das vielleicht ne Hardcore-Regel Oder ist es halt Nachdem du gespielt hast Nochmal rausgepatcht worden Dann Knöpst Untertitelung des ZDF, 2020